Sei gegrüßt Fabrikbesitzer, ich bin der Sehne und heiße dich herzlich willkommen zum dritten Teil meines Schaltungsnetzwerk Tutorials für Faktorio. Im heutigen Teil wollen wir ein paar Leben retten, denn wie die Legenden so behaupten, wurde so mancher Faktorio-Spieler schon öfter von seinem eigenen Zug überrollt, als so ein Beißer in Stücke gerissen. Und um dir dieses Schicksal zu ersparen, habe ich dieses Video gemacht und zeige dir, wie du sichere Bahnübergänge bauen kannst. Wenn sich das interessant anhört, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Wie wir im zweiten Teil des Tutorials schon gemerkt haben, gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen, um die Probleme zu lösen. Deshalb stelle ich hier auch zwei verschiedene Prinzipien vor, wie man so einen Bahnübergang gestalten kann. Damit die weniger erfahrenen Faktorio-Spieler unter uns folgen können, erkläre ich einmal den groben Aufbau. Wie ihr sehen könnt, befindet sich hier eine Schiene, die im Kreis herumführt. Und wir haben einen Zug, der hier oben zur Station 2 und hier unten zur Station 1 fährt. Und der ist so eingestellt, dass er 0 Sekunden wartet und sich dann zur nächsten Station auf den Weg macht, damit eine möglichst große Gefahr besteht, dass er uns überfährt. Diese Strecke wird durch Zug-Signale in vier Abschnitte unterteilt. Hier oben befindet sich ein Zug-Signal, dort befindet sich ein Zug-Signal, dort befindet sich ein Zug-Signal und dort befindet sich ein Zug-Signal. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen auf die Funktionsweise von Zug-Signal eingehen, denn dafür habe ich ein eigenes Tutorial gemacht. Solltet ihr nicht wissen, wie Zug-Signale funktionieren, empfehle ich euch sehr, euch dieses Video anzuschauen und dann werden sich eure Fragen wahrscheinlich klären, im besten Fall. Für dieses Video ist es nur wichtig zu wissen, dass dieses Zug-Signal, das hier unten positioniert ist, sich diesen gelb eingefärbten Bereich hinter sich in Fahrtrichtung anschaut und überprüft, ob sich dort ein Zug befindet. Dasselbe macht dieses Zug-Signal hier oben. Auch dieses Zug-Signal guckt sich hier diesen gelb eingefärbten Bereich an und springt auf Rot, wenn sich dort ein Zug befindet. Das ist nämlich essentiell wichtig für unsere Schaltung. Ohne Schaltung würde das Ganze so aussehen. Wir nähren uns einem Tor und das Tor öffnet sich, wenn wir in einer bestimmten Reichweite zu diesem Tor sind. Ihr könnt das hier sehr gut sehen. Wir gehen runter, wenn wir ungefähr zwei Felder von dem Tor entfernt sind und schließen sich automatisch wieder, wenn wir uns zu weit von dem Tor weg bewegen. Das alleine hindert uns natürlich nicht daran, überfahren zu werden. Wenn wir im falschen Moment hier rüber gehen, dann rammt uns der Zug und das wäre Game Over. Wie schon angekündigt, gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen, was wir wollen. Wir gucken uns erstmal die eine Möglichkeit an. Wir wollen erreichen, dass sich dieses Tor und dieses Tor nur öffnet, wenn für uns die Luft rein ist und kein Zug dabei ist, uns aufs Korn zu nehmen. Dazu befestigen wir ein Kabel am Zug-Signal und leiten das über die Strommästen einmal zu dieser Lampe und einmal zu dem Tor. Denn Zug-Signale senden, wenn wir sie richtig einstellen auf jeden Fall, man hat hier verschiedene Möglichkeiten, sie einzustellen. Aber wenn man das X by Read Signal anmacht, dann werden die Signale, die das Zug-Signal gerade anzeigt, also entweder grünes, gelbes oder rotes Licht, als Signal durch das Kabel gejagt. Wir können das hier sehr schön sehen. Ja, die Strecke ist frei, die Ampel ist grün. Sobald sich der Zug nähert, springt es einmal kurz auf gelb und wird dann rot. Und dieses Signal werden wir jetzt benutzen, um die Tür zu programmieren. Ihr könnt schon sehen, jetzt wo ich das Kabel angeschlossen habe, kann ich hier nicht mehr durch die Tür gehen, denn die öffnet sich einfach nicht. Wir müssen jetzt auf das Feld klicken, wo wir das Kabel angeschlossen haben. Und das geht lustigerweise nicht direkt auf dem Tor. Ihr könnt das nicht auf das Tor anwenden, ihr müsst das auf das Mauernstück neben dem Tor anwenden. Ich kann das einmal demonstrieren, tue ich hier einfach nur so ein Tor hin ohne Mauern, habe ich keine Möglichkeit dort irgendwo das Kabel zu positionieren. Es benötigt das Mauerstück daneben, nur das können wir anschließen. Wir klicken nun also auf das Mauerstück neben dem Tor, was wir verkabelt haben, und haben dann hier als Option Open Gate oder Re-Sensor. Den Re-Sensor, das gucken wir uns in dem nächsten Bauwerk an, in dem nächsten Beispiel, wie man einen Bahnübergang bauen kann. In diesem Fall arbeiten wir nur mit dem Open Gate Signal. Wir können nun dieses Tor so einstellen, dass es sich nur öffnen soll, wenn hier unten eine bestimmte Kondition erfüllt ist. Und was bietet sich da denn mehr an, als zu sagen, ich möchte, dass sich dieses Tor nur öffnet, wenn wir grünes Licht erhalten. Wenn grünes Signal größer ist als 0, oder wir können auch sagen, wenn grünes Signal gleich 1, geht natürlich beides, dann soll sich dieses Tor öffnen. Und wie ihr sehen könnt, solange die Ampel jetzt auf grün ist und dadurch ihr grünes Signal über das Kabel verschickt, dann öffnet sich die Tür automatisch. Die reagiert nicht mehr auf unsere Anwesenheit als Spieler. Also dem Tor ist es egal, ob wir daneben stehen oder nicht. Das Ding öffnet sich nicht mehr durch unsere Nähe, sondern nur noch dadurch, dass das passende grüne Signal verschickt wird und ist nur so lange auf, wie dieses grüne Signal auch vorhanden ist. Das heißt, wir werden jetzt den Strommast ebenfalls hier oben an dem Tor anschließen, das sich jetzt noch nicht öffnet, weil wir die Einstellung hier oben noch nicht drin haben. Das ist quasi noch unfertig eingestellt. Um uns so ein bisschen Zeit zu sparen, können wir einfach die Shift-Taste gedrückt lassen, mit der rechten Maustaste hier auf das Mauernstück drücken, hier hochgehen, Shift gedrückt lassen und mit der linken Maustaste draufdrücken und schon sind alle Einstellungen übernommen. Und schon haben wir einen einigermaßen sicheren Bahnübergang. Sobald der Zug da reinrauscht, gehen die Tore hoch und öffnen sich auch nicht für uns. Das heißt, wir können da rüber laufen, solange der Zug nicht in der Nähe ist und sobald der Zug zu nahe kommt, schließen sich die Tore und alles ist gut. Wir können das Ganze noch ein bisschen verschönern. Und zwar habe ich ja hier noch eine Lampe positioniert. Diese Lampe können wir jetzt einstellen und wir haben ja im letzten Part schon gesehen, dass man Lampen farbig leuchten lassen kann, wenn die richtigen Signale ankommen. Also machen wir einmal die Checkbox an, Use Color, um der Lampe zu sagen, hey, ich möchte, dass du in der Farbe leuchtest, von dem Signal, das bei dir ankommt. Und nun haben wir hier die Enable Condition und können hier sagen, wann sie anspringen soll. Die wird also auch nach einer bestimmten Sache suchen und wenn sie diese Sache findet, dieses Signal, dann soll sie anfangen zu leuchten. Jetzt ist natürlich die Frage, suchen wir nach einem roten, nach einem grünen oder nach einem gelben Signal, weil alles bekommen wir ja immerhin aus dieser Ampel. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so einstellen würde, wie die, ähm, wie das Tor, dann leuchtet die Lampe so lange grün, wie wir grünes Licht erhalten, was ja auch ganz hübsch ist. Sobald die Ampel allerdings umspringt, hört die Lampe natürlich auf zu leuchten, weil diese Kondition hier unten nicht mehr erfüllt ist. Es gibt eine sehr schöne Möglichkeit, das besser zu machen. Und da lernen wir nämlich ein neues, mächtiges Signal kennen. Hier oben haben wir einmal ein Everything und einmal ein Anything-Signal. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Everything und Anything besteht. Ähm, beide Signale, beide Sachen, die wir hier einstellen können, haben eine Sache gemeinsam. Sie gucken sich alle Signale an, die bei dieser Lampe ankommen oder bei dem Gebäude, wo wir das halt einstellen. Normalerweise, bisher haben wir das ja immer so gemacht, dass wir gesagt haben, guck nach Eisenplatten, guck nach Kupferplatten oder guck nach Öl oder was auch immer. Wir haben nach einem Item geguckt und haben dem, ähm, dem Gebäude oder der Logik-Schaltung dann gesagt, überprüfe, ob dieses eine Item so und so oft vorhanden ist und dann mach etwas. In diesem Fall aber wollen wir Everything oder Anything benutzen. Und wie gesagt, diese beiden haben gemeinsam, dass sie alle Signale überprüfen. Ein kleines Beispiel, um das mal einmal zu demonstrieren. Wir tun hier unten eine Kiste hin mit 400 Kupfer und 100 Eisenplatten. Jetzt machen wir hier unten eine Lampe hin und schließen die Lampe an. So, Items sind drin. Und, ähm, normalerweise, wie gesagt, bisher hätten wir das so gemacht, dass wir zum Beispiel sagen, guck nach Kupferplatten und wenn die Kupferplatten über 200 sind, dann geh an. Da gucken wir ja jetzt aber nur nach einem Item in der Kiste. Wir wollen aber etwas haben und dafür sind diese beiden Schaltflächen da, dass mehrere Signale gleichzeitig überprüfen kann. Bei Everything bleibt die Lampe aus, bei Anything geht die Lampe an. Warum ist das so? Ganz kurz und schnell und knackig erklärt. Bei Everything müssen alle Signale, die die Lampe erreichen, die Kondition erfüllen. Alle Signale, die hier ankommen, müssen über 200 groß sein. Wir haben 400 Kupferplattensignale, die sind über 200, da darf die Lampe leuchten. Die 100 Eisenplattensignale sind eindeutig unter 200, deshalb darf die Lampe nicht leuchten. Es sind nicht alle Signale, die hier ankommen, erfüllen, also so. Mehrere Signale kommen hier an und es müssen alle Signale diese Kondition erfüllen, damit die Lampe leuchten darf, wenn wir auf Everything schalten, weil Everything halt die Gesamtheit aller Signale meint. Anything bedeutet, dass es reicht, wenn ein Einzelnes von den Signalen, die hier ankommen, diese Kondition erfüllen. Wir gucken nochmal rein. Wir haben zwar 100 Eisenplatten, die ja unter 200 sind, das heißt, diese Eisenplatten erfüllen nicht die Kondition. Die Kupferplatten allerdings mit 400 erfüllen diese Kondition. Grünes Sternchen heißt, ein Signal muss die Bedingung erfüllen, dann ist das okay. Und Everything heißt, alle Signale müssen diese Kondition erfüllen, sonst ist es nicht okay. Deshalb, bei Everything bleibt das Licht aus, weil nicht alle Signale das erfüllen. Bei Anything geht die Lampe an, weil mindestens ein Signal die Kondition erfüllt. Das ist der Unterschied. Und wenn wir uns jetzt hier oben unsere Lampe angucken und uns jetzt entscheiden müssen, nehmen wir Everything oder Anything, wenn wir kurz nachdenken, kommen wir zu dem Schluss, Es ist völlig egal, denn in unserem Netzwerk hier oben befindet sich zu jedem Zeitpunkt nur ein einzelnes Signal. Wir haben entweder wie jetzt das grüne Licht, wenn der Zug gleich angefahren kommt, haben wir ganz kurz einmal gelbes Licht, wenn er kurz vor der Ampel ist. Und sobald er hinter der Ampel ist, haben wir rotes Licht. Das heißt, wir haben hier nur ein Signal, das wir uns angucken zu jeder Zeit. Und dieses eine Signal, das bei uns ankommt, ist eins groß. Das heißt, das Signal, das bei uns ankommt, erfüllt die Everything-Bedingung genauso wie die Anything-Bedingung. Ist wie gesagt am Anfang ein bisschen schwer, da den Kopf drum herum zu wickeln, aber so schlimm ist der Unterschied eigentlich. Ihr könnt euch einfach merken, Everything, das Rote bedeutet, alles muss die Bedingung erfüllen, sonst geht es nicht. Und bei Anything, mindestens eins der Signale muss diese Bedingung erfüllen. Dann funktioniert es auch. So, um das Ganze dann abzuschließen und noch ein bisschen hübscher zu machen, nehmen wir das Kabel, schließen das Kabel noch an der anderen Lampe an. Wobei hier das Kabel vielleicht ein bisschen weit gespannt ist. Wir können das auch von hier oben so rummachen, das ist vielleicht ein bisschen visuell von der Optik her schöner. Dann wieder Shift gedrückt lassen, rechte Maustaste auf die Lampe, Shift gedrückt lassen, linke Maustaste auf die andere Lampe. Und die Einstellungen werden einfach so übernommen. Da können wir dann auch da oben noch ein paar Lampen hin machen, die wir dann einfach auch mit dem Kabel anschließen. Dann können wir wieder die Einstellung kopieren. Und schon haben wir hier, ja, ein Bahnübergang, der so eigentlich schon ganz schön aussieht. Und auch einigermaßen gut funktioniert, was uns zum Nachteil bringt. Der Nachteil ist, wenn wir im falschen Moment rüberlaufen und ein ganz beschissenes Timing haben, meine Freunde. Laufen wir hier rüber und befinden uns halt in dem Moment, wo die Türen zugehen, auf den Schienen. Und dann müssen wir aber ganz schön gut ausweichen. Das heißt, es gibt ein kleines Zeitfenster, in dem wir quasi rüberlaufen können. Ungefähr jetzt, noch nicht ganz, mal gucken, einmal versuche ich es noch. Und dann sind wir da oben gefangen. Was einigermaßen okay ist, denn wir können zum Glück, einmal demonstriere ich das jetzt, ich stelle mich einfach rein, Wir haben genug Platz, um auszuweichen. Das heißt, wenn wir nicht richtig, richtig, richtig beschissenes Timing haben, können wir nach oben oder nach unten gehen und uns ganz dicht an die Tür drängen und dann überleben wir, weil der Zug uns nicht trifft. Das ist einigermaßen okay. Es gibt noch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu verfeinern, aber für den Anfang ist das hier schon eine ganz gut funktionierende Geschichte. Wir gucken uns jetzt den zweiten Teil an, die zweite Möglichkeit, wie man solch einen Bahnübergang designen kann. Während wir hier oben dafür gesorgt haben, dass, wenn die Ampel rot ist, sich die Türen schließen, machen wir es hier unten quasi genau andersrum. Hier unten befehlen wir der Ampel, sich auf rot zu stellen, sobald sich die Türen öffnen. Ihr könnt sehen, wir befinden uns jetzt auf der Strecke und diese Ampel ist auf rot gestellt. Kommt der Zug an, hält er hier brav, bis wir von den Gleisen runter sind. Wie wir das machen, schauen wir uns jetzt an. Ein kleiner Hinweis noch davor. Dieses Gebäude hier hinten könnt ihr einfach nicht beachten. Das gibt es im normalen Vanillaspiel nicht. Das habe ich reingemoddet. Das sorgt für unendlich Strom. Nur nicht verwöhren lassen. Natürlich ist der erste Schritt erstmal wieder, dass wir alle Dinge verkabeln müssen. Das heißt, wir nehmen die Ampel, gehen damit zum Stromast, zum Stromast, zur Lampe, zur Tür. Dieses Mal allerdings fangen wir bei der Tür an und nicht bei der Ampel. Wir klicken die Tür an und die Standardeinstellung ist, wie wir ja wissen, Open Gate. Wir wollen aber Read Sensor mit einstellen und dann öffnet sich hier unten noch so ein kleines Extrafenster, wo wir ein Signal, ein Output-Signal einstellen können. Was wir da nehmen, ist im Grunde egal. Read Sensor bringt Folgendes. Wenn wir uns jetzt der Tür nähern und in die Nähe gehen, dann seht ihr, dass hier, wo wir das Kabel angeschürzen haben, eine blaue Lampe anfängt zu blinken, ganz schnell. Gehen wir zu weit weg, ist diese Lampe aus. Read Sensor bedeutet nichts anderes, als wenn wir in die Nähe der Tür gehen, dann spuckt diese Tür das Signal aus, das wir hier unten eingestellt haben. Ganz einfach gesagt, jedes Mal, wenn wer oder ein anderer Spieler in der Nähe der Tür ist, wird das Signal G ausgegeben. Wie gesagt, das ist nur ein Platzhalter. Wir können auch zum Beispiel S für Spieler eingeben. Jetzt wird halt ein S ausgegeben. Gut. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in der Nähe der Tür sind, geht jetzt durch diesen Strommast das S zur Ampel. Nun gehen wir einfach zur Ampel und sagen nicht nur Read Signal, dass wir also diese drei Signale aus der Ampel auslesen, das ist ja die Standardeinstellung, sondern sagen Close Signal. Dadurch öffnet sich hier eine Kondition, die wir einstellen können, die dafür sorgt, dass die Ampel auf Rot springt. Wir wählen also aus, was würde sich da besser anbieten als S gleich 1. Oder alternativ S gleich S größer als 0. Sobald hier jetzt ein S-Signal ankommt, sagen wir der Ampel also, sie soll bitte auf Rot springen. Close Signal, einstellen, wonach geguckt werden soll, die Kondition einstellen und dann ist alles gut. Wenn wir uns jetzt in die Nähe des Tors bewegen, schaltet sich die Ampel auf Rot. Das einzige Problem, die Tür öffnet sich noch nicht. Wir müssen also nochmal auf die Tür klicken und der Tür selber sagen, wann sie aufgehen soll. Naja gut, jedes Mal, wenn wir in der Nähe der Tür sind, kriegen wir ein S. Wir sagen hier also, wenn S über 0 ist, geh auf. Und jetzt könnt ihr sehen, Ampel ist grün, wir gehen in die Nähe des Tors, Tor geht auf, Ampel wird rot. Zug kommt, wir gehen rüber, hinter uns schließt sich das Tor, Ampel wird grün, Zug darf weiterfahren. Das ist im Grunde schon, ja, alles was wir brauchen. Das Gänze schließen wir jetzt nochmal hier unten bei der Tür an, kopieren die Einstellung, wie wir es gelernt haben mit der Shift-Taste, dass hier die Einstellungen übernommen werden und schließen dann vielleicht noch die Lampe da drüben an und müssen die Lampe natürlich noch einstellen. Da sagen wir jetzt wieder Use Colors und nehmen, diesmal müssen wir nämlich darauf achten, diesmal macht es einen Unterschied, ob wir Everything oder Anything nehmen. Wir wollen Anything nehmen, solange Anything gleich 1 ist, darfst du in der Farbe leuchten von dem, was bei dir ankommt. Durch das Signal gehen jetzt hier immer rote, gelbe oder grüne Signale und wenn wir in der Nähe der Tür sind, öffnet sich dann auch noch, wird auch noch das S geschickt. Wie ihr sehen könnt, wird jetzt nicht mehr das rote Signal geschickt. Das ist nämlich eine interessante Sache. Von der Ampel wird nicht mehr das rote Signal geschickt, sondern das eine S. Das heißt, die Lampe leuchtet jetzt weiß. Wenn wir das hier einmal rüber kopieren, wir gehen hier ran und dann stellt sie sich auf weiß. Ich persönlich fand das nicht so schön, deshalb habe ich das hier oben so eingestellt, dass die Lampe dieses komische Türkis annimmt. Wenn die Ampel nämlich nicht rot ist, weil sie quasi von selber rot ist, sondern wenn wir sie rot geschaltet haben, dann soll hier dieses Türkis sein. Also wenn die Türen aufgehen, wenn wir in der Nähe sind, dann soll es Türkis sein. Alles, was ich dafür gemacht habe, ist hier dem Tor zu sagen, verschickt bitte nicht ein S als Output-Signal, sondern dieses Cyan oder Teal oder Türkis oder Hellblau oder wie man das nennen möchte. Natürlich muss man dann die anderen Einstellungen auch tätigen. Geh auf, wenn ein hellblaues Signal bei dir ankommt, also verschick ein hellblaues Signal, wenn der Spieler in der Nähe ist. Öffne dich, wenn du ein hellblaues Signal empfängst, das größer ist als 0. Und auch dieser Ampel müssen wir jetzt natürlich sagen, guck nicht mehr nach dem S, das gibt es ja gar nicht mehr, sondern nach dem hellblauen Signal. Und wenn wir das alles eingestellt haben, dann könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Die Ampeln passen sich immer den richtigen Farben an. Grün, wenn es grün ist. Kurz gelb und dann rot, wenn der Zug in dem Bereich hinter der Ampel, der hier gelb eingefärbt ist, ist. Und Türkis, wenn die Türen sich durch unser Dasein öffnen und die Ampel wegen unserer Anwesenheit quasi rot geschaltet wird. Das ist, wie gesagt, die andere Herangehensweise. Oben haben wir gesagt, wenn Ampel rot, dann Türen zu. Das kann dazu führen, dass wir hier gefangen genommen werden. Und hier unten haben wir dafür gesagt, wir wollen hier aber bitte rüber gehen, wann immer wir wollen. Und dann soll sich lieber die Ampel auf rot stellen, wenn wir gerade rüber gehen. Das sind also genau, man kommt dasselbe Problem von zwei verschiedenen Richtungen entgegen quasi. Was man da präferiert, das ist einem selber überlassen. Aber auch diese Bauart hier hat ein kleines Problem. Denn sollte der Zug zu schnell sein und schon zu weit vorne, würden wir jetzt rüber gehen, dann seht ihr das. Wenn er schon hinter der Ampel ist, kann er nicht mehr bremsen. Weil dann ist die Ampel zwar rot, aber das interessiert ihn nicht mehr, weil er da hinter ist. Das heißt, auch hier gibt es ein kleines Zeitfenster, wo er uns überfahren kann. Weil wir die Türen geöffnet haben und dabei waren, da rüber zu gehen, während die Ampel noch grün war und sie ist dann erst rot geworden, als der Zug schon den Moment of No Return quasi hinter sich gelassen hat. Es gibt einen kleinen Trick, den man anwenden kann, um dieses Problem auf jeden Fall teilweise aus der Welt zu schaffen. Und diesen kleinen Trick kann man sowohl hier unten als auch da oben anwenden. Das bleibt sich gleich. Wir gucken uns das aber mal hier unten an. Als letzte Sicherheitsmaßnahme lässt sich nämlich ein Tor auf der Schiene positionieren. Das können wir zum Beispiel einfach mal hier hin tun. Ja, und hier macht es eigentlich keinen Sinn. Also, es soll ja den Zug stoppen, bevor er uns überfährt. Gehen wir weg, öffnet sich dieses Tor immer automatisch, wenn der Zug angefahren kommt. Ihr seht das schon. Jetzt ist die Mauer oben und der Zug kommt an und die Mauer beziehungsweise das Tor geht nach unten und lässt den Zug immer durch. Nun können wir mit derselben Programmierung, die wir hier oben benutzt haben, das ist dieselbe wie hier unten, bloß, ähm, ja, es ist sogar alles komplett gleich. Auch hier benutze ich das für kieserne, äh, Symbol auf dem Tor. Sollen wir hier nochmal, damit das wirklich genau gleich ist, die Open Condition auch auf, äh, hellblau. So, jetzt schließen wir irgendwo, ähm, dieses Tor mit an. Natürlich können wir auch da nicht das Tor auf der Schiene benutzen, sondern müssen eine Mauer daneben benutzen. Wir benutzen also dieses Tor, äh, dieses Mauerstück, was zu dem Schienentor gehört. Und da stellen wir jetzt ein Open Gate und dieses Gate darf sich nur öffnen und jetzt müssen wir halt rückwärts denken, wenn das hellblaue Signal unter 1 ist. Das heißt, wenn wir bei den Toren stehen und dadurch dieses hellblaue Signal ausgespuckt wird, durch den, ähm, Read-Sensor wird ja das hellblaue Signal ausgegeben, wird dann durch das Kabel geleitet, kommt hier bei diesem Schienentor an und solange das hellblaue Signal unter 1 ist, also solange es nicht da ist, darf sich das Tor öffnen. So, ja, jetzt sind wir nicht, unsere Spielerfigur ist nicht in der Nähe von diesen Toren hier, deshalb darf sich dieses Tor öffnen. Geht der Spieler allerdings zu dem Toren hier, wird das hellblaue Signal ausgespuckt, dieses Tor hier empfängt ein hellblaues Signal, damit ist diese Kondition hier unten nicht mehr erfüllt und das Tor darf sich nicht öffnen und schließt sich damit logischerweise. Das führt dazu, ich demonstriere das jetzt einmal, wenn dieser Zug jetzt fährt und er kommt in diesen Bereich, wo er nicht mehr stoppen kann und uns überfahren würde, weil die Ampel schon hinter ihm ist, haben wir immer noch die Mauer, die uns rettet. Jetzt überfährt er nicht uns, sondern fährt einmal mit Volker Racho gegen die Mauer und sobald wir weggehen, darf sich diese Mauer wieder schließen. Das ist quasi so ein, ein, ein letztes Mittel, um den eigenen Spielertod zu verhindern. Immer, wenn wir über das Ding gehen, schließt sich dieses Schienentor und ihr habt es schon wieder gesehen und der Zug rauscht da einmal gegen. Eventuell müsst ihr davon mehr als ein Schienentor positionieren. Ihr könnt da ja auch ohne Probleme vier Stück hintereinander schalten und die hier mit Kabeln verbinden und dann die Einstellung kopieren. Jetzt öffnen die sich alle und schließen die sich alle, weil wenn so ein Zug richtig viel Wucht hat, richtig schnell ist und Waggons hinten dran hat, dann fährt er auch mal durch so ein Mauerstück durch. Aber so, zack, haben wir jetzt hier vier Mauern, die uns das Leben retten. Alternativ könnt ihr auch die Ampel einfach, ähm, ich kann zum Beispiel hier eine Ampel hinstellen und die Einstellung hier einmal rüber kopieren. Das Ganze dann hier einmal, ja, ist richtig kopiert worden, rüber machen. Wenn ihr den, die Ampel näher an das Tor bringt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich kleiner, dass der Zug hinter der Ampel bereits ist. Also ich demonstriere das nochmal eben. So, Zug fährt. Und eben wäre die Ampel noch da gewesen. Wir gehen jetzt mal rüber, wenn er hier in diesem Bereich ist. Äh, okay, und er fährt immer noch rüber. Wir machen das nochmal. Ja, das liegt einfach daran, dass der Zug schon zu schnell ist und der Bremsweg zu lang ist. Ähm, also ihr seht, keine der beiden Möglichkeiten ist so 100% sicher, aber beide machen euch das Leben sehr viel einfacher und sicherer. Ihr solltet trotzdem immer maximal rauszoomen und lieber gucken, aber gerade diese, ähm, Sache hier oben ist doch relativ sicher. Wenn ihr hier, ähm, hier ist das Zeitfenster meiner Erfahrung nach einfach ein bisschen kleiner und vor allem hier, wenn ihr die Ampel wirklich nach da ganz dicht vorne verschiebt, so, die da hinten abreißt, ist das Zeitfenster halt wirklich sehr klein, indem ihr da rüber laufen könnt. Beziehungsweise kann man die Ampel halt auch ganz weit falsche Richtung, ne, ist die richtige Richtung, zum Beispiel nach hier hinten tun, da müsst ihr dann, das kommt natürlich extrem drauf an, wie genau eure Basis aussieht. So, jetzt sind die zum Beispiel relativ lange rot, weil diese Ampel hier den ganzen Bereich hier den Gelb eingefärbt und guckt. Sobald der Zug jetzt irgendwo da hinten ist, gehen die Türen schon zu. Also da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren, aber wie ihr das Ganze programmtechnisch mit Signalen einstellen könnt, habe ich euch jetzt gezeigt und das ist ja auch Sinn dieses Videos gewesen, wie ihr das dann im Einzelnen in eurer Basis, ähm, handhabt, das müsst ihr dann einfach mal gucken. Ich werde die Blaupausen unter das Video packen, ihr dürft das dann gerne benutzen. Ich werde das hier oben Variante 1 nennen und das hier unten Variante 2 nennen und dann, ähm, könnt ihr da einfach ein bisschen rumexperimentieren und gucken, was euch am besten gefällt und das zur Not dann auch nachbauen. Na, also ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und nächsten Montag gibt es dann das nächste Schaltungstutorial-Video und, ja, im Grunde habe ich nichts mehr weiter zu sagen. Ich bin's, der Seno. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, falls ihr Games oder Amazon-Käufe tätigt und mich unterstützen möchtet, dann denkt bitte daran, die Links unter meinem Video zu benutzen, das ich verlinke unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich finanziell und es kostet euch keinen einzigen Cent mehr. Ähm, wenn euch meine Videos gefallen und ich euch immer mal wieder ein bisschen weiterhelfen kann, würdet ihr mich wirklich unglaublich damit unterstützen. Ähm, weil ich an den Käufen prozentual beteiligt werde. Bei MMOga, wenn ihr Spiele kauft, beziehungsweise bei Amazon, wenn ihr irgendwas kauft. Ähm, ist eine super Möglichkeit, einen kleinen YouTuber zu unterstützen und ich bin auf die Hilfe wirklich angewiesen. Überlegt es euch. Ich bedanke mich. Ich sag tschüss und bis bald.